Wablu ist ein Pokémon mit dem Typ Normal und Flug, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Altaria. Wablu ist ein kleines, himmelblaues und rundes Pokémon mit weißen und flauschigen Flügeln. Es besitzt zwei Füße, welche mit je zwei spitzen Zehen versehen sind. Die Flügelähnen Wolken und man kann nicht identifizieren, wie es unterhalb der wolligen Schicht aussieht. Sein Gesicht besteht aus einem weißen Schnabel, wobei der Oberschnabel etwas länger als der Unterschnabel ist, und zwei kleinen schwarzen Augen. Auf dem Kopf hat es zwei abstehende hellblaue Federn, welche wie Haare aussehen. Sein Hinterteil ist ebenfalls mit blauen Schwanzfedern versehen, welche ihm das Fliegen vereinfachen und in der Shiny-Form ist lediglich der sonst blaue Körper von Wablu hellgelb gefärbt. Wablu erlernt durch Level-Off-Dick hauptsächlich Status-Attacken, die meist dem Typ normal angehören. Offensiv ist das Verhältnis zwischen physischen und speziellen Attacken recht ausgeglichen. Allerdings erlernt es durch Theems und vor allem auch Attacken anderer Schadensklassen. Zudem besitzt Wablu die Fähigkeit Innere Kraft. Dies erlaubt alle Statusveränderungen von Wablu, wie zum Beispiel Vergiftung oder Paralyse, beim Austausch oder nach einem Pokémon-Kampf zu heilen. Die versteckte Fähigkeit Wolke 7, die nur seltene Exemplare besitzen, sorgt dafür, dass Wettereffekte keinen Einfluss mehr auf den Kampf haben und Gegner auch, jedoch Altaria selbst, diese nicht mehr zu ihren Gunsten nutzen können. Wablu ist ein sehr zutrauliches Pokémon und hat deshalb keine Angst vor Menschen. Es landet gerne auf den Köpfen fremder Personen und bleibt dort sitzen wie ein wattierter Hut. Zudem liebt es schmutzige Gegenstände zu putzen, indem es diese mit seinen weichen Flügeln reinigt. Sollten jedoch seine Flügel dadurch dreckig werden, so kann sich Wablu nicht entspannen, sucht den nächstgelegenen Fluss auf und wäscht sich dort. Des Weiteren mag Wablu keine Umgebung, die total verschmutzt ist. Im Frühling leben sie sehr nahe an Städten. Dabei ist Wablu der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Altaria weiterentwickeln. Die Hauptcharakteristika von Wablu, welche durch den himmelblauen Körper mit zwei Federn auf den Kopf, weißen Wolken-ähnlichen Elementen sowie einem ebenso weißen Schnabel definiert sind, werden nach der Entwicklung beibehalten. Wablus Körper erinnert an einen Vogel, sein Körper ist komplett blau und seine Flügel sehen aus, als wären sie Wolken. Bei seiner Entwicklung zu Altaria zieht sich die wolkenähnliche Struktur ebenfalls durch die Bauchseite des Körpers. Dem Pokémon wächst ein eleganter langer Hals, die Federn auf dem Kopf werden länger. Bei der Mega-Entwicklung, die Altaria verführen kann, fällt auf, dass vor allem die Flügel des Pokémon deutlich voluminöser und sein Körper weniger gedrungen werden. Über dem Schweif am Hals und auf dem Kopf ist Mega Altaria durch die wolkenähnliche Verzierung geschmückt, wobei der Teil oberhalb des Schweifes so gigantisch ist, dass er einen Großteil des Gesamtvolumens dieses Mega-Pokémon ausmacht. Zusammen mit wenigen anderen gehört es zu den Pokémon, bei welchen durch die Entwicklung ein Typ durch einen anderen ersetzt wird. Allerdings ist es das einzige, bei dem in der letzten Stufe beide Typen ersetzt werden und somit auch das einzige, wo sich die erste und die letzte Stufe keinen einzigen Typen teilen. Damit gehört es abgesehen von den Evolutionen, den Entwicklungsreihen mit den meisten Typen und Typenkombinationen an. In den Spielen der Hauptreihe wird dabei die Entwicklung von Warblut zum Altaria auf Level 5 von 30 ausgelöst und die Mega-Entwicklung ist durch ein Altarianid möglich. Mit der Typenkombination nimmt oder ist Wablu immune gegen Boden- und Geistattacken, nimmt Halmschaden gegen Käfer- und Pflanzenattacken, doppelten Schaden gegen Gesteins-, Elektro- und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden. Halmachschaden gegen die Schadenkombinationen sind die Regel der Stellen, die Bächlicher zu den Blumen sind die Anders und die Lebewesen des Drehagens und die Lebewesen. Halmschaden gegen GLebewesen und der Zwischen und den Mrs. Schadenkombinationen